Herzlich willkommen zum Basiswissen der C1-Varizen-Sklerosierung. Mithilfe der Videos geben wir dir einen praktischen und übersichtlichen Einblick in die Welt der Varizen. Am Ende der Vortragsreihe wirst du einen gezielten Überblick über die Grundlagen, die Anatomie und Klassifikation von Varizen haben. Zudem wirst du über die klinischen Untersuchungen und Therapiemöglichkeiten von Varizen umfangreich aufgeklärt werden und ein fundiertes Wissen über die Indikation, die rechtlichen Grundlagen und Abrechnung erlangen. Wir erklären dir gängige Präparate und Kanülen für die Sklerosierung der Varizen. Und nachdem du dir Kenntnisse über die Patientenaufklärung und Dokumentation angeeignet hast, werden wir anhand von Videobeispielen die Durchführung der Injektion gemeinsam besprechen und sie dir veranschaulichen. Zum Abschluss erhältst du wertvolle Hinweise zur Nachbehandlung sowie natürlich zur Erfolgskontrolle. Und du lernst danach die wichtigsten Komplikationen zu vermeiden.